Hallo Leute, neuer Fergie, GTA 5 und wir fahren weiter hier mit diesen Parkrangers oder so. Hey, Civil Border Patrol, keep your hands where I can see them! This isn't citizens arrest! Not you lunatic! Get in the vehicle now, sir! Do you guy, do you guy? Okay, okay! Who's not a half measures guy, are you, Potter? Hätte die Hände runtergenommen, hm? So, komm! Ich steige in das Grenzschutzfahrzeug, ist ja schon, ne? Jetzt sind wir noch wegfahren, oder wie? Good work, boys! Ha 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 ha! Now head for the cement factory! We have a bunch of more legals working over there! Where are you taking? I'm just getting at me! It's time for you to go home to Mexico, sir! What are you talking about? This is my home! I have my papers right here! Oh, yeah? Well, let me see that! Und, zeig den her! Und, zeig den her! So, hier! Was? Das war ja eine Multiplayer-Karte, wo wir hier kämpfen, so! Oh mein Gott, jetzt müssen wir ja wieder die Leute da verfolgen! Kann ja was werden! Kann ja was werden! Much like the income I'm receiving for current services rendered! What are you talking about? I pay my taxes! Yeah, well you tell it to the extradition panel, buddy! Oh, jetzt hauen die da ab! Ja! Ha! Ich drücke den Türker schon ganz durch! Du bist mir jetzt nicht gerade wirklich sagen, dass... Ha! Nochmal! Diesmal ein bisschen professioneller, bitte! Jetzt müssen wir sehen, aber ist immer ein bisschen näher dahinter, hinter den hinterher! Und ich so weit entfernt, wie gerade noch! Was ist das gerade? Ach, der hat gerade schon geschossen aus dem Fenster, oder wie? Beim... Teaser, oder wie? Oder Taser, oder so? Oh Gott, was? Was ist das? Ja, komm schon! Oh, komm schon! Ja, wir müssen ihn hier her... Komm schon! Weil jetzt sehe ich, dass ich schon wieder nicht komme... es kommt schon hoch das auto ist auch so lahm mit so einem ding motorräder verfolgen so ein witz ja genau halt einfach mit in der straße an komische tipp und dann den homens ist später ab den anderen ist noch weiter verfolgen so kommen stehen schön das ist so schön langsam herum fährt das ist jetzt ja von ihm pass auf junge bist du dumm okay okay let's go buddy you're coming with us yeah yeah underlay underlay come on move in the vehicle now i said move or i will zap you again so ok und zu dem anderen sammle den anderen verdächtigen auf schön hinten drin sitzen jetzt in den tollen effekten hier was man richtig ich habe eine familie ich habe eine familie ich habe eine familie du hast deine gewaltigte Willkommen zu dir von den USA was? ich habe eine visa es ist in meine passaporte in meinem Haus du hast die Kräfte im System ich habe nichts gegen dich persönlich ich sage nicht, dass du hier nicht kommen kannst du hier für eine vacation du weißt du, ich bin in Mexiko ich bin in Mexiko ich liebte es aber ich versuche nicht zu bleiben und die Gesellschaft und die lokalen Kultur ich frage mich, hast du viel Erfolg mit Frauen gerade rüber gefahren irgendwie kann es sein das Glück ist er nicht gestorben hier das wäre jetzt noch ok Jesus двигaj oder ich werde dich verletzen und двигaj go go f***er go take it easy I'm going you go I'm going You go I go I go I go I go mu ist es vorbeio oder steckt oder soll ich wieder einsteigen scheint sich wieder einsteigen Angeber nicht ja wo ist es zu 500 sind vielleicht auch nicht so verkehrt ich meine im echten Leben 500 am Tag ich meine hallo aber hier in dem Spiel irgendwie nicht so so treffer versenkt eine minute 13 so da wir fahrzeug benutzen vielleicht was wir sind das manchmal ganz ehrlich kommen die tiere auch diese oder tasern oder was sie sich elektro schocken hat er funktioniert das war kurz zu der straße dagegen mal schauen ob da ein auto kommt aha steht da irgendein auto da bei dieser farm darum wie nicht so oder moment oh gott kann ja was werden ich bin stark dafür dass ich oder wir gehen jetzt zu franklin und gehen zu dem fragezeichen da da ist er schon so franklin bisschen gerade ja ein bisschen gedauert mit auf der straße oder wie mit dem hund auf dem beifahrer sitzt richtig gut jage die gebrüder unheil es sollte auch anrufen mit seinem premium bild hey man me and chop on these funks we're coming up to wh north of two months all right all right the o'neil brothers are coming to us i think they was about to see one of them anti-tank rockers into your best poochie condo when one of your roomies told them that you was gone okay so if you're on the wh that means you'll be coming through ratting canyon right shit i guess good me and mt are gonna take the company chopper me there company chopper yes michael it's a tax write-off frank you still there yeah i'm just about holding on to the road we're taking the chopper we'll head you off deal with these business stealing tricks on the road so genau wollen die ja nicht gerade hin oh good word durch die pampa hier gerade oh good word ok 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 Oh, shit! Trevor, man, shit, you there? There was a deer in a row, man. These motherfuckers crashed out. They crashed. They dead. Nah, they gone. They ran into the fucking woods, man. I need air support like right fucking now. Luftunterstützung kommt, aha. They will just have a Luftunterstützung, who knows. Begib dich zum Flugplatz. If we are at our private plane, or at the other plane, or at the other plane? Well, this is kind of important. Horton, these men don't like me, and they know, we're back in the sandy shore, so... Ah. Here she is, the biz alley. Remember, she ain't mine, she's the company's. So. Begib dich zum Wald. Look, why do these guys, the O'Neill's, want you dead anyway? There was a deal. The contract to end all contracts. Serious multinational stuff. I was this close! Then they stole it off me. Hold up. If they stole your business, why do they want you dead? What's with all the questions? Can't you just take my side for once? Hey, I'm coming along for the ride, ain't I? Yeah. But I sense your heart ain't in it. Yeah, I'm lucky my heart ain't in a pie on your kitchen table. Always with the quips. Aha, da wirst du also hinfliegen. In dem Kreischen da, können wir ja schon vom U-Boot fahren. Hey, hey, we're here with Grant. Them Higdus in the woods. Oh, God. Da oben laufen zwei, oh, und dreißer rum. Was? Was, ja. Ich würde versuchen, hier raus zu fliegen. Mist. Mist. Da sind sie doch. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Anschauen und Tschüss. Tschüss.